So Nele, wir haben wieder mal legendären Besuch hier. Real Hip Hop ist in der Haus, ja. Heute sind die beiden Jungs auch in der Zürich-Bahn. Aber die Jungs können sich selber vorstellen. Thank you for coming. No, yeah, no doubt. Thanks for having us, Guilty Simpson in the house. What up, peace. What up, Svacat aka Ronnie, you're up, man. Thanks for having us. Also, ihre Papers hier könnt ihr jetzt rauchen. Die Musik ist geil, die höre ich privat, ne? Checkt das aus. Hip Hop ist am Leben. Ihr seht das hier. Was wollen wir mehr? Ciao. No, no, peace.